Quasi überall kostenfreie Geldautomaten, immer eine Filiale in der Nähe und das alles in einem Konto. Was brauchen Sie dafür? 16.000 Filialen, 130.000 Berater, 25... Okay, wir machen das mit den Fähnchen. ESG. Wer meinen Kanal schon länger verfolgt, hat dieses Kürzel bereits von mir gehört und das nicht unbedingt in einem positiven, satirischen Kontext. Aber was ist dieses ESG? Was bringt es und was nicht? Was sagen die Kritiker? Warum spotte ich unsympath darüber? Und was zur Hölle hat das alles mit Hollywood zu tun? Das und vieles mehr möchte ich heute mal ins Spotlight schubsen und fernab der politischen Ideologen, die ESGs entweder maßlos verteufeln oder sämtliche valide Kritik daran als Verschwörung abtun, betrachten. Okay, zur Entwarnung. Das hier wird sicher kein trockener Börsenschnack. Dafür fehlt mir schlicht das BWL-Studium und die Kokainabhängigkeit. Und so mal ehrlich, den meisten Menschen auch die Geduld. Nein, ich versuche das Thema heute so aufzuarbeiten, dass es auch jeder erfassen kann. Logo für Quereinsteiger quasi. Und verweise in der Beschreibung auf sehr gute, weiterführende Videos zum Thema. Sprich, Urs der Typ wird sicher kein Finanzkanal, aber da Geld faktisch die Welt regiert, darf man das Thema nun mal nicht ausklammern, wenn man beispielsweise für uns hier wichtig, die Unterhaltungsindustrie ganzheitlich betrachten möchte. Okay, wo fangen wir an? Am besten wir folgen erstmal dem Gestank des Geldes. Und der führt uns, wie sollte es auch anders sein, zu einem reichen, alten, weißen Mann namens Larry Fink. Der ist Big Boss seines kleinen Familienunternehmens namens BlackRock. Und das verwaltet ein Vermögen von sage und schreibe 10 Billionen US-Dollar. Zum Vergleich, wäre BlackRock eine Volkswirtschaft, wäre diese gemessen am Reichtum die größte nach den USA und China. Ich will damit sagen, Fink hat Macht. Jede Menge Macht und diese nutzt er, um Kontrolle auszuüben. Übrigens, bereits diese Aussage reicht einigen jetzt aus, um mir Schwurbel zu unterstellen. Und es sind meist die gleichen, die eine krankhafte Verachtung vor weißen, reichen, alten Männern haben. Lustig, oder? Na egal. Fakt ist, Fink macht aus seiner Macht ja überhaupt gar kein Geheimnis. Warum sollte er auch? Es geht ihm nicht um Wählerstimmen. Er ist niemandem Rechenschaft schuldig. Es liegt schlicht in der Natur der Vermögensverwaltung, Einfluss zu nehmen und zu gewinnen. Fink nennt diese Einflussnahme im Zusammenhang mit dem ESG-Score übrigens transparent Forced Behavior. At BlackRock, we are forcing behavior. You know, what we are doing internally is, if you don't achieve these levels of impact, your compensation could be impacted, okay? And if you don't force behaviors, whether it's gender or race or just any way you want to say the composition of your team, you're going to be impacted. And that's just not recruiting, it is development, as Ken said. And ultimately, it's still going to take time. Okay, jetzt warte mal, Urst. Was höre ich da raus? Der ESG-Score zwingt Unternehmen dazu, diverser zu besetzen, nachhaltiger zu wirtschaften? Das ist doch was Gutes, oder? Shut up and take my ETF-Investment. Nun, im Grunde ist dem so. Aber in der Realität zwingt der Score, zu dem kommen wir gleich, Unternehmen leider oft bloß dazu, so zu tun, als ob sie nachhaltig handeln. Hinzu kommen steigende Kosten bei geringerer Konkurrenzfähigkeit, wenn man es ernst meint mit der ganzen Sache, aber anderes Thema. Und bevor wir dazu kommen, benötigt es ohnehin erstmal einen kurzen Blick in die Geschichte. Wann wurde Enkelfähigkeit, ein wundervolles Wort, wie ich finde, zu einem Geschäftsmodell und was bedeutet ESG eigentlich? Nun, historisch betrachtet gibt es mehrere Ereignisse, die letztlich dazu führten, dass Gesetze entstanden sind, die Unternehmen schlicht zur Nachhaltigkeit ermutigen. Da wäre der Clean Air and Water Act in den 60er und 70er Jahren in den USA, die Global Compact Initiative der United Nations 1999 und letztlich der Bericht Who Cares Wins 2004, in dem ESG erstmals benannt wird. Während die PRI, Principles for Responsible Investment Initiative, zeitgleich erstmals ESG-Kriterien formulierte. Diese Initiative hat im Übrigen mittlerweile 3.750 Unterzeichner, darunter NOGs, Non-Governmental Organizations, wie die WWF oder Ärzte ohne Grenzen und so weiter. Und verwaltet ein Vermögen von 120 Billionen US-Dollar. Um das mal greifbar zu machen, das ist scheiße viel Geld. Sei es drum. Wichtig für uns ist ohnehin erstmal nur die heilige Dreifaltigkeit, Environmental, Social and Governance, kurz ESG. Unter diesen drei Punkten zu Deutsch Umwelt, Soziales Unternehmensführung finden wir nun weitere Subkategorien, die beschreiben, wie enkelfähig ein Unternehmen arbeiten sollte. Wie viel CO2 wird ausgestoßen, wie gut sind die Arbeitsbedingungen, wie hoch der Anteil von Frauen, Behinderten und diversen Ethnien im Unternehmen und so weiter und so fort. Wir sehen, hinter der Abkürzung ESG verbirgt sich ein Gedanke, dem ich persönlich im Kern durchaus lobenswert und hundertprozentig wichtig finde. Dennoch scheint ein hoher ESG-Score letztlich nicht viel mehr wert zu sein, als das Bio-Siegel auf einer Verpackung Nürnberger Würstchen, die im Vergleich dennoch dieselben Inhaltsstoffe hat, wie die gut und günstig Variante. Wird der ESG-Stempel also gar nicht an messbare Werte gebunden? Ich meine, hey, anders lässt sich der Umstand auch nicht erklären, dass Unternehmen wie McDonalds oder Disney, deren Produkte nachweislich Menschen krank machen und oder deren Arbeitsbedingungen an Sklavereigrenzen überhaupt für ein Ranking in Frage kommen. Wo ist der Knackpunkt? Nun, zurück zu BlackRock, dem größten Finanzverwalter der Welt, der seine Gnade nur mit dir teilt, wenn du dich auch richtig verhältst. Und hin zur alles entscheidenden Frage, wer bewertet überhaupt dein Verhalten? Gute Frage, Urst. Also zum einen betreibt BlackRock den CO2-Ablasshandel natürlich höchst selbst, aber in der Regel übernehmen unabhängige Rating-Agencies wie MSCI, ISS oder Sustain Analytics die Prüfung der Unternehmen. Und hier beginnen plötzlich alle unsere guten Vorsätze und dein nachhaltiges ETF-Investment damit hart reinzuscheißen. Und nein, ich möchte hier nicht über BlackRock's ETFs renten, jeder sollte darin investieren, keine Frage. Jedoch kann es sein, dass dein nachhaltiges Aktienpaket mit hohem ESG-Score dennoch Firmen wie Total oder Rüstungskonzerne gelistet hat. Sprich Unternehmen, die mit ihrem fossilen Brennstoff-Business maßgeblich an der Zerstörung des Planeten mitarbeiten oder eben Waffen bauen. Von Nachhaltigkeit kann man hier nicht mal mehr mit naiven Wohlwollen sprechen. Obwohl, sieves partz im Parabellum, wenn du Frieden willst, rüste dich für den Krieg. Die Rüstung argumentiert, Waffen, die der Verteidigung des Friedens dienen, sichern dadurch überhaupt erst den Rahmen, in dem nachhaltiges Wirtschaften möglich ist. Der Scheiß funktioniert. Bei dieser Gehirnakrobatik braucht man sich auch nicht wundern, wenn die NATO-Farbe seit Beginn des Ukraine-Krieges plötzlich von Blau auf Bunt gewechselt hat. Na ja, geschenkt. Wie kommt Total oder Rheinmetall also in dieses Ranking? Nun ganz einfach, erinnert euch an den Anfang des Videos. Sie machen das mit den Fähnchen. Okay, um endlich mal konkret zu werden. Es gibt schlicht keine einheitlichen Bewertungssysteme für die Rating-Agencies. Daten werden gemessen, ohne wirklich Messwerte zu haben. Es gibt keinerlei Gewichtung. Sprich, ob man in einem Unternehmen gendert und oder angemessen hohe Löhne bezahlt, beziehungsweise für die richtige Work-Life-Balance sorgt, hat denselben Impact auf die Einstufung. Wobei selbst der größte Gender-Befürworter sicherlich zustimmen würde, wenn ich sage, dass gutes Geld für gute Arbeit erstmal wesentlicher sein sollte als Pronomen. Manche Agenturen schätzen ihre Daten lediglich, rechnen sie dann hoch. Andere benutzen eine KI zur Erhebung. Kurz, es herrscht ein uneinheitliches, evidenzbefreites, völlig willkürliches Bewertungsdurcheinander. Ergebnis? Zweckentfremdung. Firmen wie Tesla, die E-Autos herstellen und personeller Diverser nicht besetzt sein können, man mag von Maske halten, was man will, bekommen beschissene Einstufungen, weil beschissenes Image, weil, was weiß ich, Twitter gekauft. Unternehmen, die Bohrinseln im Mittelmeer bauen, bekommen Gute. Manche Unternehmen ändern überhaupt nichts an ihrer Strategie, steigen aber über Nacht im Rating, weil sich grundlos irgendwelche Kriterien ändern und so weiter und so fort. Ja, das klingt alles wie ein bescheuerter Korruptionsfiebertraum von mir, ist aber leider sehr belegt und real. Zumindest laut Bloomberg und die halte ich für zitierbar. Wie gesagt, Links sind in der Beschreibung und wirklich hochinteressant. Und nun ja, weil Nachhaltigkeit so unfassbar schlecht zu belegen scheint, reicht es Risikobewertern oft einfach aus, dem Marketing, dem Versprechen von Nachhaltigkeit zu glauben. Kurz, verkauft sich Disney besonders LGBTQ-freundlich, spielt es für ein hohes ESG-Ranking überhaupt gar keine Rolle, ob sie besonders LGBTQ-freundlich sind. Da werden lesbische Küsse aus Star Wars auch mal wieder für den chinesischen Markt rausgeschnitten oder schwule Figuren gänzlich aus der Werbekampagne entfernt, wie bei Jungle Cruise der Fall. Wenn es ums Geld geht, hat es sich mit dem Aktivismus halt schneller geschissen, als man Regenbogen sagen kann. Um Inhalte und Überzeugung geht es hier schlicht nicht. Nicht mal mehr der Zweck, heiligt noch die Mittel. Ein anderes Beispiel für Symbolpolitik in der Unterhaltungsindustrie lieferte Anfang des Jahres übrigens der Sweet Baby Inc. Skandal. Die Consulting Company bietet narrative Beratung in Sachen DEI, Diversity, Equality and Inclusion, Unterpunkte der ESG-Kategorien Social and Governance an. Soweit, so gut, so vollkommen unspektakulär, bis man sich zwei elementare Fragen stellt. Erstens, warum können hochbezahlte und talentierte Schreiber für Alan Wake 2, Assassin's Creed Valhalla und Suicide Squad Kill the Justice League nicht selber DEI-sensible Geschichten schreiben? Und zweitens, was genau hat Sweet Baby dem kreativen Inhalt der Produkte wirklich hinzugefügt? Wurden Dialoge für Hypersensible mit Hilfe von psychologischen Erkenntnissen verändert oder einfach nur eine digitale nordische Göttin in Photoshop schwarz gemalt? Nun, herausfinden werden wir das wohl nie. Allerdings ist Fakt, dass allein das Hinzuziehen einer Consulting Company den ESG-Score eines Unternehmens positiv beeinflussen kann. Es geht also überhaupt nicht um konkrete narrative Einflussnahme durch Sweet Baby Inc., sondern lediglich darum, ihr Mitwirken im Quartalsbericht erwähnen zu können. Wie wichtig Unternehmen eine Wertsteigerung durch das Anbietern an solche Fonds durch das Nachhaltigkeitslabel ist, zeigt im Übrigen auch das Beispiel Budweiser. Hi, impressive carrying skills, right? I got some Budlights for us. Hier entschied man sich, direkt auf Konfrontationskurs mit der eigenen dickbäuchigen, konservativen, versoffenen Zielgruppe zu gehen, indem man das Produkt Budlight vor der Transfrau bewerben ließ. Und mal abgesehen davon, wie unfassbar bescheuert ich die Aufregung um die Lady Höchst selbst finde, ist es doch bezeichnend, dass eine Firma, die ihre Zielgruppe ganz genau analysiert haben dürfte, dennoch die eigenen Reputationen sehenden Auges für die Blackrock-begünstigte Kohle gegen die Wand fährt. So risikobereit ist man in der Wirtschaft doch eigentlich nur, wenn der Geldsegen garantiert scheint. Für Budweiser ging der Schuss leider komplett nach hinten los. Auch die Disney-Ax hier ist nun spätestens nach Star Vogue Ecolite im Keller. Ubisoft befindet sich nach dem Assassin's Creed Shadow Trailer im Sinkflug und Rocksteady, die 200 Millionen in Suicide Squad gesteckt haben, kämpfen nach dem kolossalen Flop des Games ums Überleben. Nicht falsch verstehen, das Spiel scheiterte nicht an Sweet Baby Inc. Klar, die waren sicherlich nicht billig dafür, dass man ihren Einfluss nicht mal messen kann. Nein, Suicide Squad scheitert schlicht daran, dass es kacke ist. Jedoch Sweet Babys Teilhabe an der Entwicklung zeigt, dass Publisher den Fokus fürs Wesentliche völlig verloren haben. Der derzeitige überteuerte, aufgeblasene, desolate Zustand der westlichen Unterhaltungsindustrie beweist, man kann den Kunden letztlich dann doch nicht aus der Gleichung streichen und durchs Pandering ans Easy Blackrock-Money ersetzen. Selbst Investoren haben das längst erkannt. Krasse Broker, wie ich es selbst bin, die sehen den ESG-Score längst nicht mehr als verlogenes, aber gewinnbringendes Bio-Siegel, sondern als Warnehinweis. Aber bleiben wir fair. Unterstellen wir Fink mal ganz blauäugig, gute Absicht ist das Konzept, ja immer noch kein schlechtes. Wer ernsthaft nachhaltig arbeiten will, benötigt schlicht Zuschüsse aus solchen Fonds, um am rücksichtslosen Markt nicht abgehängt zu werden. Enkelfähigkeit ist kostspielig. Also sollte doch viel mehr daran gearbeitet werden, verbindlichere, einheitlichere Bewertungsschablo zu schaffen, statt die Idee selbst maßlos zu verteufeln. Und dadurch dem Parasitentum durch Hollywood oder der Gaming-Industrie ein schnelles Ende zu setzen, offensichtlich auch zu deren eigenen Wohl. Firmen wie Sweet Baby Inc. dürften, nein müssten überhaupt nicht existieren. Nicht, weil ich was gegen ihr Geschäftsmodell hätte, nein, selbst ihre fragwürdigen Mafia-Methoden gehen mir komplett am Arsch vorbei. Fette Gaming-Publisher mit Cancel-Cartier-Pressen ist ja auch fast schon ein Kavaliersdelikt. Aber in einer Welt, in der DEI wirklich gelebt wird, benötigt es keine externe Supervision, kein Creative Consulting, um DEI öffentlich zu heucheln. Weniger Studioschließungen, weniger Crunch, weniger Massenentlassungen, höhere Löhne, diversere Belegschaft, Kranken- und Sozialversicherungen, Kündigungsschutz und so weiter. Das sollte den ESG-Score einer Firma in puncto Social and Governance through the rooftop pushen. Nicht das Endprodukt und dessen PR-Kampagne, sondern die Umstände seiner Produktion sollten im Fokus der Bewertung stehen. Und ganz ehrlich, von Micro bis Ubisoft gehört die gesamte Gaming-Branche in diesen Punkten schlicht brutal abgestraft. Doch hey, genau das scheint ja ohnehin gerade zu geschehen. Denn das Schöne am Kapitalismus ist, dass er in beide Richtungen funktioniert. Kein Unternehmer kommt in deine Wohnung, setzt dir eine Knarre auf die Brust und zwingt dich dazu, sein Produkt zu kaufen. Und blicke ich in leere Kinoseele oder auf die Verkaufszahlen der AAA-Games dieser Tage, hat der Innenverbraucher längst deutlich gemacht, dass die Unterhaltungsindustrie am Kunden vorbei produziert. Die Jagd nach einem hohen ESG-Ranking hat daran natürlich nur eine Teilschuld. Also gewichtet dieses Video richtig, es ist nun mal Thema des Beitrags, macht es besser als die Agencies. Warum zum Beispiel das Kino abseits der Märkte noch so stirbt, das fassen Mike und Jay in einem verlinkten Red Letter Media Beitrag zusätzlich sehr gut zusammen. Und was noch so im Gaming schief läuft, das würde hier den Rahmen sprengen. Von daher mache ich mal einen Break und komme zum Fazit. ESG ist nicht der Satan. Doch wie ESG-Rankings funktionieren, ist durchaus scharf zu kritisieren. Insider machen das übrigens seit Jahren, aber ganz ehrlich, wer liest schon den Wirtschaftsteil? Okay, egal. Fakt ist, wir haben eigentlich hier einen Hattrick. Das Tool ist da, der politische Wille ist da und das Geld ist da. Also seht doch zu, dass dieses Geld in die Hände der Richtigen aus den richtigen Gründen kommt. Es ist wirklich bemerkenswert, wie man diesen Steilpass bisher nicht verwandeln konnte. Also führt diese Debatte hier, übt Kritik am Rating-System und bitte ganz wichtig, lasst euch das Thema nicht von ideologischem Fallobst verwässern. Leute, die ESGs in den Himmel loben oder in die Hölle verbannen wollen, machen das in der Regel nicht, um euch aufzuklären, sondern aus narzisstischer Gefallsucht oder Profitgier. Oder weil sie den Klimawandel für Fake News halten. Zwischen Hetze und Heuchelei, da sie begriffen haben, dass sich Konflikt auf Social Media eben bestens verkaufen lässt. Und wisst ihr, wer sich dann am Ende wieder die Hände reibt? Ja, richtig. Der alte, reiche Mann namens Larry Fink. Und das unabhängig davon, ob mein Video jetzt wieder missbraucht wird, um dein rechtes oder linkes Narrativ im Kulturkampf zu untermauern. Wenn du also mal wieder zerstören oder verdrehen willst, was ich hier sage, dann überleg dir gut, für wen du hier die Kugel fängst. Und das ist das, was ich hier sage.